Jeti, der Schneemensch kommt. Der Gigant des 20. Jahrhunderts. Ein Riese, der die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Ein berühmter Fotograf entdeckte riesige Fußspuren in der Arktis. Von Jeti, dem Schneemenschen. Wie durch ein Wunder war dieses Ungeheuer während Tausenden von Jahren im ewigen Eis konserviert. Was die Wissenschaft bis heute nicht schaffte, gelangt der Natur. Jeti wurde wieder zum Leben erweckt. Eine Stadt, ein ganzes Land in Panik. Jeti, der Schneemensch kommt. Jeti, der Schneemensch kommt. Ein Film, der ihnen das Blut in den Adern gewinnen lässt. Jeti, der Schneemensch kommt. Ein Film, den sie nicht versäumen dürfen. Demnächst in diesem Theater.